Vitamin B13 Vitamin B13 ist eigentlich ein Pseudovitamin, also kein wirkliches Vitamin. Vitamin B13 wird auch genannt als Orozäure. Vitamin B13 gilt als Zwischenprodukt bei der DNA-Synthese. Es gab italienische Wissenschaftler namens Biscaro und Belloni und die haben 1905 die Orozäure aus Molke isoliert. Und sie benannten dann diese Orozäure nach der griechischen Bezeichnung für Molke eben Oros. Und so wurden in den 40er Jahren weitere Substanzen entdeckt und diese nannte man dann Vitamin B13. Und man fand diese als Wachstumsfaktor bei Ratten, Hühnern und auch in Milchsäure. Letztlich hat man dann aber festgestellt, dass Orozäure und B13 das gleiche ist und dass B13 nicht wirklich ein Vitamin ist. Es ist eigentlich ein chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von DNA-Ketten innerhalb der Zellen. Letztlich dieses Zwischenprodukt hat auch besondere Wirkungen. Man nimmt an, dass Orozäure im Innen, der als Zwischenprodukt auch Aufgaben und Funktionen hat. B13 hilft beim Aufbau der Darmflora, hilft für schnelle Eiweißverwertung in den Muskeln, ist gut für die Zellregeneration in der Leber. Manche schreiben Vitamin B13 zu, dass man dadurch besseres Gedächtnis hat und dass die Herzleistung verbessert wird. Eine Weile hat man gedacht, dass B13 auch die sportliche Leistungsfähigkeit verbessern kann, aber das stimmt letztlich nicht. Und letztlich kann der Körper Orozäure auch selbst herstellen. B13 kann manchmal auch als Therapeutikum eingesetzt werden. Dann wird man es eben als Nahrungsergänzungsmittel nutzen. Manchmal wird es eingesetzt bei Herzinfarkt, Leberinsuffizienz und Segelbsucht, gerade bei Neugeborenen. Allerdings muss man sich auch bewusst sein, dass das zusätzliche Zufügen von B13 auch gefährlich sein kann, kann Herz und Leber schädigen. Vitamin B13 bei Veganern Normalerweise wird gesagt, dass B13 hauptsächlich in der Molke enthalten ist, aber man findet auch Spuren von Vitamin B13 in verschiedenen Wurzelgemüsen. Und der Körper stellt auch Vitamin B13 in ausreichendem Maße selbst her.